31.12.16 Jahre alt wird. Nun, Olga Mostepanova, 17 Jahre alt, zweite der letzten Weltmeisterschaften von Budapest im Meerkampf und erste nach der Pflicht. Eine 10 am Balken hat sie erhalten, die erste dieser Weltmeisterschaft. Nun, hier erster Sprung und wieder gestreckt mit ganzer Drehung, aber leider nicht zum verfordigen Stand. Alle Tonnerinnen der sowjetischen Riege bevorzugen offensichtlich Sprünge aus dieser Gruppe. Also, einmal nicht die gängigen Tsukahara-Sprünge. Nun, diese Wertung für Olga Mostepanova wird nicht sehr hoch sein. Man muss hier für diese Landung schon einiges abziehen. Ein bisschen viel, die 9,8 meine ich, im Gegensatz zu anderen Donnerinnen, die wir vorher gesehen haben. Nun, sie hat Gelegenheit, das im zweiten Versuch besser zu machen. Selbe Sprung. Und, kann sie stehen? Ja, war nicht da viel besser, aber möglicherweise bekommt sie jetzt sogar noch ein paar Tausend mehr. Ja, 9,8,5,0 für Olga Mostepanova. Vielen Dank. Vielen Dank.